Hi Leute und willkommen zu einem kleinen Spezialvideo. Tja, ihr seht heute ohne Skript, ohne Hintergrundmusik einfach straight von mir zu euch ganz direkt. Heute haben wir Pfingst Montagherd. Das hieß wieder mal Devil Monday. Und ich habe hier streamt. Ja, das Warhammer 40k Boardgun, um die Leute mal so ein bisschen, ja, mal ein bisschen seichter in die neue Woche zu führen. Also ohne irgendwelchen Dulli-Scheiß oder hast du nicht gesehen. Und meine liebe Community hat mich überrascht. Und wie sie mich überrascht haben. Und da ich immer noch leicht zittrig bin und gerade frisch aus dem Life komme, dachte ich mir, ja komm, setz dich hin Devil und sagst nochmal ein paar Takte dazu. Um einfach nochmal ein bisschen Liebe rauszugeben an die betreffenden Personen. Für die, die jetzt neugierig sind, ja, was ist denn passiert? Das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Oder vielleicht, ne, lasst mich mal von vorne anfangen. Ihr seht, unscripted. Ihr wisst, ich streame. Ab und zu mal hier auf YouTube. Ich muss ja noch ein bisschen auf Eierschalen laufen, weil YouTube halt hammerhart regelt und so. Und den Großteil halte ich eben durch Twitch ab. Die, äh, Donations, die ich bekomme, wendig zum sehr großen Teil für meine Familie, explizit die Kinder. Jetzt gerade Maxi ist Geburtstag, ne, wisst ihr ja. Die, die mich jetzt, äh, ne, verfolgen, gucken, immer da sind, ihr wisstet doch, ihr wisstet doch. Und so war es auch, äh, letzten Jahr gewesen, ne, Weihnachten, als ich sagte, von wegen allem, was drin kommt, Kinder, hat auch dank euch super funktioniert. Und deswegen möchte ich erstmal auch euch hier auf YouTube nochmal vielen herzlichen Dank sagen, dass ihr mich, äh, Jahresende so unterstützt habt. Und, äh, und so ihr geholfen habt, das war mega. Und Weihnachten wurde eben, äh, zu einem Erfolg für die Kinder, haben sich mega gefreut, alle super, alle tutti. Und, äh, ich kann euch dafür ja nicht genug danken. Heute war so ein Abend, äh, wo ich in Tränen ausgebrochen bin, wo ich auch sagte, ey, ich hab euch gar nicht verdient. Ich hab euch gar nicht verdient. Ich bin überwältigt. Und das, äh, das Video, das, äh, den Stream, der läuft gerade. Der wird gerade, äh, you reupped. Das heißt, ihr könnt euch alles nochmal angucken. Alle, was ich vorgelesen habe, alle, was passiert ist, lange Rede, kurzer Sinn, weil ich eben, ähm, sehr zurückstecke. Und eben nicht die ganze Kohle für, für Scheiße verjubel oder explizit für mich. Ne, ja, ähm, hat sich meine Community weit ausgedacht. Und zwar, äh, wartet, ähm, das hier. Damit haben sie mich, damit haben sie mich heute überrascht. Legt es dir einfach mal vor. Die Hölle öffnet sich auch für dich, Devil. Wie in guten, so auch in schlechten Zeiten. Egal, ob ein Ohr oder eine Schulter oder einfach nur, äh, gute Musik. Du tust damit sehr viel für uns. Und hiermit geben wir dir etwas davon zurück. Von uns für dich. Pförtnerkind. Rudi-Sitten-Tapes. Bela-Vampyrer. Ichiban. L.O.P. Just Pinky. In Liebe, deine Community. Äh, das kleine Druckte. Äh, mit Ansehen dieses Bildes stimmen sie unseren AGBs zu. Äh, diese besagen, dass sie ein Nümmerchen mit Metzwiebeln, Grüße gehen raus an Matti, eingehen müssen. Äh, dies muss zeitnah geschehen. Oder wir werden sie finden. Hahaha. Ja, da haben, äh, ne, mir eben, äh, die da stehenden eben, äh, mal eben, ja, die Ultimate Edition von Diablo 4 rausgemettelt, welch wir jetzt am, äh, 2. Ich möchte sagen, ist ja 2. Guckt mal nochmal, dass ich euch keinen Scheiß erzähle. Genau. Am, äh, ja, diesen Freitag am 2. Um 22 Uhr live auf Twitch, äh, zocken werden. Sofern uns Böse dann reinlässt. Das heißt, da sind dann auch, äh, eben, äh, besagte Personen mit dabei. Und auch ein paar, äh, so aus dem Discord in meiner Community. Also, Bökelt und so ist mit dabei. Ähm, äh, Just Pinky macht mit. Bela macht mit. Also, ich bin mega gespannt. Wird eine Riesensause. So, und dann haben wir noch, ähm, was zweites. Was mir eben, äh, im Discord zurückgekommen ist. Und zwar, das hier. Das ist vom lieben Sir Langellott. Und Sir Langellott sagt, äh, Tja, Level. Manchmal sind die Träume, die noch im Moment wie Seifenblasen zu zerplatzen drohen, ganz plötzlich Realität. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du nicht aufgehört hast zu streamen. Genieße es, dass deine Seifenblasen nicht, äh, zerplatzt sind. Und, äh, du eine mega Community hast. Eine Community, die dich liebt. Und als ich diese beiden Dinge so gesehen habe, tja, bin ich in Tränen ausgebrochen. Also, ich habe zweimal, äh, im Live die Kamera verlassen, ne, und, äh, ich musste kurz Luft holen, zittrig und so. Guckt den Stream. Guckt einfach das Re-Up. Diese, diese Video gerade dient einfach nur dazu, um einfach mal, äh, meiner Community von ganzem Herzen wirklich nochmal Danke zu sagen. Euch allen. Also, jene, die, äh, mich jetzt wieder mit dem Spiel bedacht haben, damit ich, na, von wegen, wir tun ja auch was Gutes, ne, also, viel, viel Liebe geht raus an Förtnerkind, WeSittenTapes, Bela, Itchy, L.O.P., Pinky, für diese mega geile Geschenk, für diese mega Überraschung. Und, äh, Pinky, nochmal dir danke, dass du mich unterstützt hast im, äh, Discord, und dass du kurz und live gekommen bist, um mich da so ein bisschen aufzufangen. Ich denke, ohne dich wäre ich komplett barney gang. Und, äh, ja, Birne tut noch ein bisschen weh vom Heulen, ne, Kopfschmerzen und so, aber, naja, reden wir nicht drüber. Es ist ein schöner Schmerz in dem Punkt, ne. Und, äh, oh, Sir Angelot, danke für deine Worte. Ich, äh, gebe stets mir am besten, dass ich markiere hier keine Rolle oder spiele hier irgendeine Rolle, die ich nicht bin. Ich versuche nur, ich selber zu sein, authentisch zu bleiben und die Leute, äh, halt aus dieser kranken, kaputten Welt mal eben, äh, mal mit rauszureißen. Und, das war mir jetzt wichtig gewesen, nochmal in einem externen Video, äh, mich nochmal bei euch persönlich zu bedanken, aber auch bei anderen, die sonst immer für mich da sind, die halt, äh, auch Kohle schmeißen, mir im, im Off mit Rat und Tat zur Seite stehen, für mich da sind, äh, Hagebutne, Aquarius Hydrantus, ähm, wartet. Die, die ist das lang. Ich, jetzt, jetzt muss ich kurz nachgucken. Wartet. So. Ach, wo ist denn jetzt schon wieder der, der, der ist gerade, oh mein Gott. So. Jetzt aber, passt auf, gleich haben wir was. Wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Leute, die halt immer an mich denken und immer an meiner Seite sind, ne. Also, äh, Bügelt habe ich gesagt, Aquarius, äh, Hagebutne, mein Bruder, auch immer stets an meiner Seite, der auch immer Liebe heute für mich hat, äh, Sleepy, ne, Inferno Squad, Falkensicht Games, genau dasselbe, Kai, Satanic, äh, Anarcho-Fund mittlerweile auch, der ist auch, äh, äh, recht oft bei mir. Und auch sehr viel Liebe, Butcher natürlich. Das, äh, Butcher, was du heute im Live gesagt hast mit deiner Tochter und so, das, das ding schon echt deep und, äh, drück sie mal nochmal von mir. Das war mega lieb gewesen, was du da gesagt hast. Ansonsten, äh, ja, Bane, Black Metal Shark, ne, Black Metal B, Cleo Neko, möchte ich hier auch ganz klar nennen, äh, an, an, also, die Leute, an denen ich Liebe rausgehen möchte. Marv, äh, unsere Viola, La Viola natürlich, wie gesagt, die wir hier sehr vermissen. Franconi in Metal Time, auch mega, auch, mega Typ, du bist auch, ne, du hast mich auch in, 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 in dieser Stunde aufgefangen und, äh, von wegen, ey, mach dir den Kopf, ich mag dich wie du bist, ich bin noch da, alles gut. Äh, ansonsten, äh, Pinky habe ich ja schon gesagt, Franconi habe ich gesagt, äh, Little Mermaid, auch sehr oft bei mir, auch an dich geht Liebe raus. Natürlich nicht zu vergessen, Annika Müller, auch sehr wichtig, Mieze Kotze, Mett mit Zwiebeln, Rini, so, dann haben wir unsere, äh, Sabrina, mal aus Sabrina, ne, auch vom lieben Onkel drüben. Dann haben wir Satan persönlich, wir haben, äh, unseren Silberfuchs, wir haben unsere Träumi, die auch immer für mich da ist und mich auch immer auffängt, äh, wenn ich mich da mal so ein bisschen, äh, verliere in Gedanken und Problemen und, 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 und. Und dann haben wir eben noch, wie gesagt, noch Pyro Elvis, wir haben, wir haben, wir haben, wir, Tommy, all die jensten Leute hier auf YouTube und die auch sonst vorbeikommen und sagen, ey, Devil, wählst du die alte Socke und so und, äh, einfach eine gute Zeit haben möchten. Also, in Gänze, die, die ich jetzt auch nicht benannt habe, für dich geküsst. Wirklich, ja, ob das jetzt wieder schmeißig ist oder so ein Dreck, ich kann nur sagen, La Familia, dafür liebe ich euch und, ähm, ja, ich werde, ich werde mein Beste tun, mich halt nicht zu verlieren und, äh, werde authentisch bleiben. Es werden weiterhin, ne, meine Formate kommen. Und die, genau, siehste, ich hab Odin vergessen. Best of Son of Odin, tut mir leid, mein Lieber, dich, dich vergesse ich auch nicht. Auch deine Worte bleiben im Kopf, ne. Mensch. Ihr seht, äh, das nüschtige Skripte, ich bin immer noch so, wuhu. Und natürlich auch, äh, möchte ich auch Liebe nochmal rausgeben an die, äh, Community von Hank, von Onkel DLP. Viele korrekte, geniale Leute mit dabei. Aber mir war das wichtig gewesen, einfach mit diesem Video, mit dem schlichten Titel For You, einfach nochmal wirklich, äh, Dank zu sagen für all die lieben Worte. Und wisst ihr, es ist nicht mal das, äh, ihr schenkt als solches heute. Es ist nicht dieses, diese, dieses Spiel. Natürlich, die Geste ist, ist mega. Was Pinky sagte, ja, du, hat keine vier, fünf Stunden gedauert, da hatten wir die Kohle gehabt und dann, zack. Und, äh, Bela war so lieb gewesen und hat nochmal einen, äh, einen Upgrade drüber geschmissen, dass du ihm die Ultimate hast. Und ich glaube, Bela und ich, wir sind, wir sind jetzt heute so zwischenmenschlich auch, äh, näher gekommen. Also, ne, kann nicht immer so Gefühle zulassen, aber heute, der geht mal so ein bisschen der Knoten hier platzt und, ähm, ja. Bin euch unendlich dankbar, Leute. Wirklich. Pinky, Bela, LOP, Wörtnerkind, Rudi. Der Rest von euch, das ist mega. Und dafür wollte ich euch einfach nur Danke sagen. Mal kurz, mich nochmal kurz runterkochen, in einem kurzen Video sagen, danke, liebe Community, dass ihr an meiner Seite seid, dass ihr mir vertraut, dass ihr, ähm, auch für mich da seid, ne, hier von wegen Schulter und auch mal so, ne, von wegen, wenn du was brauchst, kein Problem. Und dass ihr es halt mögt, dass ich eben, äh, auch Nähe zeige und im, äh, im Discord auch zuhöre. Keiner von euch ist mir scheißegal, ne. Ihr seid für mich nicht, äh, wie für den Winkler oder den Kirschli, nur, sag mal, dumme Zahlschweinchen oder so, von wegen so, ja, schön, dass ihr da seid, dann verpisst man sich und Ruhe ist. Ich bin doch ohne live, bin ich immer präsent. Und höre meinen Leuten zu und, ähm, kam mir nicht vor, das zu ändern. Ganz und gar nicht. Ähm, ja. Das war es eigentlich schon gewesen im Großen und Ganzen. Vielleicht nochmal, um hinterher zu feuern, für alle, die neugierig sind, was sich bei mir so tut. Ähm, also heute Abend, äh, den 30.05. um 22 Uhr bin ich wieder auf Twitch, äh, zugegen. Mit einem kleinen, äh, Retroformat. Also ich lasse mich zusammenschlagen. Ja, Mortal Kombat und so. Dann habe ich dann, ähm, Mittwoch, habe ich dann wieder meinen Night Café. Also auch für euch hier auf YouTube. Bin dann wieder hier und dann machen wir hier eine kleine Rederunde. Freitag folgt dann eben das, äh, Diablo 4 Special. Der Tag versprochen. Am Samstag, dem 3. Juni um 22 Uhr findet auf meinem Twitch-Kanal, ähm, Infernal Squad Angriff des Killer Kites statt. Und danach Druckbunker. Die Aftershow-Party für euch alle. Äh, und ansonsten die nächste Woche weiter mit dem nächsten Devil Monday Night Café. Headbangers Paradise kommt wieder. Und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Sonderformat. Back to the 90s in den, äh, Falkensicht Games und meine Wenigkeit eben, Ähm, ja, alles so ein bisschen noch mal hochholen. So die Klamotten, den Lifestyle, Videogames, Snacks, etc., etc. Vielleicht da noch mal so ein bisschen, äh, Advertising. Kann man ja mal machen. Ne, für die, die jetzt neugierig geworden sind, warum ich hier jetzt, äh, hier sitze und euch den alten Schmalzer erzähle. Ohne Musik und ohne Skript. Bleib ich dabei. Ohne Musik und ohne Skript. Ganz genau so ist es. So machen wir es. Richtig. Ja, meine Lieben. 1.24 Uhr morgens. Ich muss jetzt langsam auch ein Sittich machen, ein Metal-Off sagen. Kurzum. OBS. Da. Aufnahme beenden. Äh, Kuss auf Nuss. Ich liebe euch alle. Wir sind Groot und, äh, danke für alles. Euren Support, eure lieben Worte, dass ihr dabei seid, dass ihr mich guckt, dass ihr Spaß habt. Auch für die Donations, alles. Einfach alles. Ihr seid mega. Und ich muss sagen, ich bin, für mich der reichste Mann und, äh, mega gesegnet mit so einer Community. Es kommt nicht auf die Größe an. Da ist manchmal schon viel wahrheitlich. Das ist dann, ne? Seht mich an. Ich hab, ich hab nicht viele Follower. Aber die, die Kabel, die sind, ja, das ist halt so, ne? Der Hardcore. Das sind, ja, wir haben echt, ja, kann, kann man sagen. Wir sind wie eine kleine Familie, äh, Familie 2.0. So möchte ich es sagen. Wir sind Familie 2.0. Die wahrscheinlich beste und tollste Community, die sich so ein kleiner Ossiduli, wie, äh, ja, meine Wenigkeit ihm wünschen kann. Also, danke. Ich liebe euch, wirklich. Und je, was ich sage, nie war, was ich wirklich fühlen kann und, äh, denke, ja, ich bin raus. Wir sehen uns heute Abend im nächsten Live. Äh, bis dahin, schlaft schön, anhenehme Träume und, äh, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und da ich blödmann gerade wieder einen wichtigen Herzensmenschen vergessen habe, Chris der Brotmann. Ja. Ich hab dich auch nicht vergessen, mein, mein Internetbrudi. Also, äh, auch an dich nochmal Liebe und, äh, Kuss geht raus. Jetzt ist aber am Schluss. Ich muss langsam sind dich und so. Also, bis später. Bis zum nächsten Mal.